Ansonsten, ja, letzte Woche lief's super. Yeah! Geht's halt? Ich bin jetzt in Glücksglähstempel. Hahaha. Hat eigentlich irgendjemand mitbekommen, warum die Blüte jetzt irgendwie vorhin weg war da im letzten Portal? Ich bin dafür, dass er die geraucht hat. Ja, und er mag halt die Blüte geraucht. War genau so ein Depp wie ich. Mag schon wieder voll am Fly sein hier. Hahaha. So rumgürbeln und so, und Pyro-Schläge verteilen. Gut, ne? War das wieder so YOLO? Kein Plan, was der Typ hier kann. Crewbacks? Ist er das schon? Ne. Ja? Oh Gott. Pfff. So, und zwar besteht dieser Boss aus ganzen drei Bossen. Wer war das? Das war ekelhaft. Ich sag da jetzt mal nichts. Ich werd nämlich nicht gemotet, wenn ich daneben sitze. Sagst du auch? So. Und zwar, der Boss, wie gesagt, besteht aus drei Bossen. Wir fangen da hinten an, wo er steht. Wie man sieht, hat der Boss hinter sich so... Ich weiß nicht wie man dort enden mag. Ein Sarg. Ich nenn's einfach mal Sarg. Hier stehen drei Stück davon. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Spieler, die immer wieder in diese Kapseln reingehen. Ich nenn's jetzt einfach mal Kapseln. Die beiden anderen sind zu, weil da halt ähm... Ja, wird weiß ich... Aliens drinnen. Die... Also die Kuppeln werden immer Sven und Birte besetzen. Als erstes Sven, danach geht Birte rein. Wir müssen halt auch rausfinden, ab wann... Wenn... Statt drinnen einfach nicht mehr auszuhalten ist. Beziehungsweise wenn man da drinnen einfach stirbt. In der Kuppel wirbeln auch noch welche. Da muss man aufpassen. Schrei... Genau. Schrei am besten, wenn du... Genau. Damit wir wissen, dass wir dich heilen können. Genau. Erstens das. Und zweitens damit Birte... Wirklich in jede Kapsel, ne? Also erst in die hintere... Dann komm ich raus, dann geb Birte rein. Und dann nachher... Okay, gut. Das Ziel des Ganzen hier ist es, ähm... Natürlich den Boss zu legen. Mhm, ist klar. Und ähm... Keine Ahnung. Wir werden's jetzt aber einfach mal so machen. Wir starten hinten in der Mitte. Ähm... Laufen dann nach rechts weiter. Ähm... Gibt's noch irgendwelche Fragen? Also diese Kuppel da, die macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil das... Die soll das von Gegnern unterbrechen. Aber wir haben ja eigentlich nur... Weiß nicht, ob dieses Bombardement halt die ganze Zeit anhält. Wenn ihr in der Kapsel seid, haltet ihr die Schilder an der gleichen Stelle, oder? Nö, nicht. Also du bist da mit Sicherheit auch drin, naja. Weil die Reihenfolge, wie gesagt, als erstes Sven, dann Birte, dann Du. Achso, da ist immer ein... Okay, ich hab gedacht... Immer für eine Kapsel, diese Reihenfolge. Machen einfach ne Abstimmung. Wenn auch einen möchte, drückt auf Ja. Wenn nicht, dann einen. Was sollen wir drücken? Ja. Das war so laut hier. Also die Mehrheit ist schon bei Ja, glaube ich. Wir machen noch einen Versuch. Wer hat denn eben gefragt? War das Sven oder Ingo? Das ist eigentlich egal, glaube ich. Drück einfach mal bereit. Ich hab keine Ahnung wofür, weil meine... Ob wir noch einen Versuch machen wollen. Darum ging's. Achso. Ja. Jetzt hab ich bereit gedrückt. Ja. Ich kann Hero zu Anfang ziehen. Ich hab ihn irgendwie wieder, ich hab zu viel Damage gemacht. WTF? Huups. Uuy. Huuck. Wuuuck. mal stärker sport ist der feld noch hin vier prozent der cds ich stelle die koppel hinterm boss irgendwelche cds noch ein prozent also ab jetzt müsste sich theoretisch wirklich nur alles 1 prozent 1 prozent hast du jetzt jetzt geht es danke 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 ich hätte auch noch ein zwölfer also höheres loot bei 15 ja 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 aber ich hab nexst auch ich hab noch ein 13er also ich hab noch im kopf welche das bringt auf jeden guten loot den hab ich auch noch und das ist mehr als ein 20er gefühlt auf jeden fall plus bügeln ja genau noch 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 noch